Der Dreiwege-Katalysator ist ein Fahrzeugkatalysator mit Lambda-Regelung für die Abgasnachbehandlung in Fahrzeugen mit Automotor, bei der Kohlenstoffmonoxid-Stickoxide und unverbrannte Kohlenwasserstoffe zu Kohlenstoffdioxid-Stickstoff und Wasser umgewandelt werden. Aus der gleichzeitigen Umwandlung der drei Luftschadstoffe resultiert die Namensgebung. Um einen hohen Umwandlungsgrad der Schadstoffe zu gewährleisten, muss mithilfe eines Regelkreises mit Lambda-Sonde das Verbrennungsluftverhältnis in einem engen Bereich um das sogenannte Lambda-Fenster gehalten werden. Der geregelte Dreiwege-Katalysator führt über 90% der Schadstoffe in ungefährliche Bestandteile über und reduziert so erheblich die Schadstoffemissionen des Verbrennungsmotors. Geschichte Eugene Hudry entwickelte den ersten Oxidationskatalysator und erhielt 1956 ein Patent dafür. Allerdings kam der Katalysator nicht zum Einsatz, da dieser durch den Oktanzahlverbesserer Bleitetretül schnell unwirksam wurde. Die Einführung des Dreiwege-Katalysator ist eng mit den Anforderungen der Emissionsgesetzgebung verbunden. Neben der technischen Herausforderung der Entwicklung eines Katalysators, der gleichzeitig alle Schadkomponenten aus dem Abgas entfernt, waren infrastrukturelle Maßnahmen wie die Eliminierung von Bleitetretül aus dem Otto-Kraftstoff notwendig, da es als Katalysator-Gift wirkt. Außerdem war eine Reduktion des Gehalts an Schwefelverbindungen im Kraftstoff wünschenswert. Um die strengeren Abgasvorschriften der US-amerikanischen Environmental Protection Agency zu erreichen, wurden Fahrzeuge zunächst mit zwei Wegeoxidationskatalysatoren ausgestattet, die zwar Kohlenstoffmonoxid und unverbrannte Kohlenwasserstoffe zu Kohlenstoffdioxid und Wasser umsetzten, Stickoxide jedoch nicht aus dem Abgas entfernten. Die erste flächendeckende Einführung erfolgte 1975 auf dem US-Markt. Der Durchbruch gelang schließlich John J., Mooney und Carl D. Keith im Jahr 1981 mit der Entwicklung des Dreiwege-Katalysators. Wirkung Die Schadstoffe Kohlenstoffmonoxid und verbrannte Kohlenwasserstoffe und Stickoxide werden nach folgenden Gleichungen aus dem Abgas entfernt. Bei einer Abweichung vom stöchiometrischen Luftkraftstoffverhältnis werden nicht alle Stickoxide abgebaut, da die benötigten Reduktionsmittel schon vorher oxidiert werden. Bei fettem Gemisch werden nicht alle Kohlenwasserstoffe und Kohlenstoffmonoxid abgebaut. Bei älteren Modellen wurde im fetten Bereich außerdem auf dem Katalysator absorbiertes Sulfat zu Schwefelwasserstoff reduziert und verursachte einen unangenehmen Geruch nach faulen Eiern. Durch eine weitere Nebenreaktion kann im Katalysator Ammoniak gebildet werden. Kraftfahrzeuge mit Katalysator stoßen zwischen 20 und 50 mg Ammoniak je gefahrenem Kilometer aus. An stark befahrenen Straßen wurden Stickstoffzeiger wie die Gelbflechte gefunden. In Deutschland gehen etwa 2% der Ammoniakemissionen auf den Verkehr zurück. Ca-Oxid wird als Sauerstoffspeicherkomponente eingesetzt und stellt im fetten Bereich Sauerstoff gemäß folgender Gleichung zur Verfügung. Im Sauerstoffüberschuss bildet sich wieder die Ausgangskomponente. Herstellung Der Katalysator besteht aus einem keramischen Cordyrid-Wabenkörper oder einem Metallträger auf dem ein sogenannter Washcoat aufgebracht wird. Der Washcoat besteht aus einer Mischung verschiedener Metalloxide. Die Metalloxide Gamma-Aluminiumoxid und Zirkuniumdioxid stellen die Trägersubstanzen für die katalytisch aktiven Edelmetalle wie Platin, Palladium und Rhodium dar. Ca-Oxid dient als Sauerstoffspeicherkomponente. Der Cordyrid-Wabenkörper wird zum Einbau ins Fahrzeug in ein Blechgehäuse eingeschweißt, das mit einer Mineralfasermatte ausgekleidet ist. Metallträger können direkt in den Abgasstrang eingeschweißt werden. Substrat Als Substrat wird meist ein Keramikmonolith mit einer Wabenstruktur verwendet. Das Cordyrid-Keramiksubstrat, das in den meisten Katalysatoren verwendet wird, wurde von Rodney Beckley, Irwin Lachmann und Ronald Lewis bei Conning Glass erfunden. Für diese Erfindung wurden sie in die US-amerikanische National Inventors Hall of Fame im Jahr 2002 aufgenommen. Die Keramikmonolithe haben in Abhängigkeit von der Kanalgröße eine geometrische Oberfläche von etwa 1 bis 5 Quadratmeter. Katalysator-Volumen Für die Herstellung des Katalysators wird zunächst eine saure Metalloxid-Suspension hergestellt. Diese kann durch verschiedene Verfahren auf den Cordyrid-Träger aufgebracht werden. Im einfachsten Fall wird der Wabenkörper in die Suspension getaucht. Die überschüssige Suspension wird ausgeblasen, der beschichtete Wabenkörper wird anschließend getrocknet und kalziniert. Die feinen Kanäle des Wabenkörpers enthalten dann eine dünne Schicht eines Metalloxid-Gemisches. Im nächsten Schritt erfolgt die Imprägnierung dieser Schicht mit Edelmetall-Salzlösungen. Durch weiteres Trocknen und Kalzinieren werden die Edelmetalle auf dem Träger fixiert. Alternativ können die Edelmetalle bereits vor der Beschichtung des Cordyrid-Trägers auf dem Metalloxiden imprägniert werden. Abschließend wird der Katalysator in eine Mineralfasermatte eingepackt und in ein Blech eingeschweißt. Technische Merkmale Wichtige technische Merkmale eines Dreiwege-Katalysators sind neben der chemischen Zusammensetzung sein Light-off-Verhalten, der Druckverlust, das Thermoschock-Verhalten und die Wäschkutter-Träsion. Wichtige channel Wichtige Wichtige Wichtige